wie gut dass du wieder dabei bist herzlich willkommen zu kraftwerk heute geht es um den gedanken bete aber wie in zweiter mose 14 vers 10 das ist der text für heute als der faro sich näherte und die israeliten sahen dass die ägypten sie verfolgten wurden sie von angst gepackt und schrien zu gott der bibel ausleger matthew henry hat gesagt ihre not ließ sie beten und das war ein guter nebeneffekt gott bringt uns in schwierigen situationen und damit auch auf die knie tatsächlich in manchen situationen bleiben uns nur zwei optionen entweder panik oder gebet israels entscheidung hieß panik wenn wir nicht mehr vorwärts können noch zur seite noch nach hinten ihr lieben freunde dann sollten wir nachdenken und merken dass der weg nach oben der einzig offene ist aber auch der wichtigste nämlich gott bitten dass er kommt und eine lösung schafft als jakob in einer sackgasse war betete er in erster mose 35 wir werden nach betel hinauf ziehen und ich werde dort ein altar bauen für den herrn der mich in meiner not erhört hat und mir auf meinem ganzen weg zur seite gestanden ist hey der hat den blick nach oben begriffen was für eine kluge entscheidung david sagt in zweiter samuel 22 vers 7 ich rief zum herrn in meiner angst ich schrie zu meinem gott um hilfe er hörte mich aus seinem tempel mein hilfeschrei drang an sein ohr halleluja der weg nach oben ist immer offen 207 sie schrien zu jachwe ihrem herrn in ihrer not er rettete sie aus ihrer bedrängnis und brachte den sturm zur stille und die wellen beruhigten sich dasselbe passierte damals auch am roten meer das wasser wurde regelrecht gestapelt aber wir lesen hier das war kein normales gebet sondern das war ein richtiger hilfeschrei und wir merken so hilfeschreie haben eine gewisse dynamik sie sind dringend in einheit sie sind ungeheuchelt aber hier in diesem fall waren sie auch im vierten punkt noch voller unglauben und das war das problem im gegensatz dazu dringend in einheit ungeheuchelt aber im glauben das sind so genannte durchbruchs gebete das ernste gebet des glaubenden macht den unterschied so sagt es der jakobus im fünften kapitel ich las vor jahren ein ein gebet das amy carmichael eine missionarin in indien dass ihre gewohnheit war sie hatte ein so genanntes drei worte gebet dass sie ihren leuten beibrachte das hatte ich aufgeschrieben und ich wollte es euch mitgeben wenn eine not dich trifft bete das gegenteil und zwar in drei worten also wenn dich kritik trifft so war ihr gebet deine liebe jesus wenn angst sie traf deine hilfe jesus wenn probleme kam deine weisheit jesus wenn zorn kam deine freundlichkeit jesus oder wenn finanzielle not da war deine versorgung jesus das hat mich fasziniert ihr lieben lasst uns lernen mit drei worte gebeten dem feind und der attacke zu widerstehen jakobus 5 sagt das gebet eines gerechten ist wirksam und vermag viel genau das ist das große geheimnis derer die ihre hände in die hand gottes legen in die hand dessen der das meer geteilt hat sei gesegnet vielen dank dass sie unseren kanal besuchen es ist unser ziel ermutigung und freude am glauben weiterzugeben mit einer monatlichen spende von zehn euro helfen sie uns diese wertvolle arbeit weiterzumachen gemeinsam für gottes reich gott singt und freude am besten